Iharakiri Total Schluss ist Schluss, alles andere eine Illusion, kindisch. Auch wenn das Schöne daran ist, dass danach Zentralwort mehr kommt, ist eine aufgeklärte Person nur recht mühsam als Selbstmordattentäter zu rekrutieren. Genau solche Freiwillige bräuchte jedoch Generalmajor Pavel Rebelkov, denn er will endlich Erfolge. Die Aktion damals, vor fast genau drei Jahren, als der ehemalige Regent vom Park, Dr. Leviathan zu Westerburg, aus seinem Amtssitz entfernt worden ist, war sozusagen seine letzte Großtat. Seither läuft es eher schlecht, für den jungen alten Generalmajor, beruflich wie privat. Sein fleuter 21-jähriger Rumpf überfordert sein dekadentes Altjohn mehr und mehr. Seit der Gehirntransplantation damals, nehmen seine körperlichen Anormalitäten zu. Er leidet unter unkontrollierten Zuckungen, besonders im Gesicht. Äußerst tragisch für einen zackigen Militär. Unter der Hand sind seine Problemchen längst bekannt, offen darüber zu schwadronieren traut sich jedoch keiner seiner Untergebenen. Ja, es stimmt, zu Westerburg wurde entmachtet, und wie erwartet sind die Parkinger passiv geblieben. Bei Windl und Baden, mittlerweile gewählter Kanzler der Parkinger, hat zwar lautstark protestiert, aber dann doch den neuen Vertreter der Königin, Regentor Kurevich, zennignerischend akzeptiert. Zumindest auf dem Papier. In Wirklichkeit haben sie sich durch diese höchst fragwürdige Aktion noch mehr von der Krone abgekapselt. Selbst in den Kreisen um Rebelkow hat man keine verlässlichen Daten zur tatsächlichen politischen Lage drüben auf Bad Rime im Indiesystem. Was Rebelkow ganz besonders wurmt ist, dass sein Lieblingsfeind, zu Westerburg, bei den wilden Nordmännern mit offenen Armen aufgenommen worden ist. Die haben sozusagen gleich Tür und Tor geöffnet. Diese rauen Gesellen sind sehr anpassungsfähig. Sie erdulden die neuen Paraden, Zählungen und Befragungen anstandslos. Lund Baden höchstselbst leistet jedes Jahr den neuen imperialen Eid auf die Krone, vor den Repräsentanten beider Spezies. Nach außen hin ist dort also alles in Ordnung. Was jedoch keiner auf der Rechnung hatte, war die Reaktion daheim. Hier im Ra-System war man nämlich alles andere als begeistert von der neuen Doktrin. Viele Diplomaten, darunter auch die östlichen Clans, haben Rebelkows Militäraktion auf das Äußerste verurteilt. Selbst die Emit, treuen friedfertige Gesellen der Wasserwelt des äußeren Planeten Elchs waren aufgebracht. Man munkelt, dass die Durchfallerkrankung junger Rekruten der königlichen Streitkräfte auf ihr Konto geht. Als Agrarproduzenten und Lebensmitteldesigner sitzen sie in exzellenter strategischer Position. Selbst Rebelkow, Schirmherr der Veranstaltung, hat es dabei erwischt. Er kam zwei Wochen lang kaum vom Thron herunter. Dann ist er noch der sogenannte oppositionelle Untergrund, ein neues Sammelbecken der Unzufriedenen, man könnte auch sagen der Freiheitsliebenden. Aus allen Schichten rotten sie sich in dieser Organisation zusammen. Was sie dort genau ausbrüten ist unbekannt. Ein Ärgernis sind die aber in jedem Fall. Ja, die Probleme haben zugenommen, seit jener denkwürdigen Aktion. Für Rebelkow selbst jedoch war dies erst der Anfang. Zeit wird's für die nächste Phase die Abschaffung der Tausend. Da kommt ihm der nächste Termin gerade recht. Diepel, Bing, Toru Arimator, ein ehemaliger Assistent von Dr. Tillon Abendroth und zielstrebiger Mechatek der neuen Generation kennt wenig Skrupel. Er hätte da ein besonderes Schmankerl für ihn. Seine mechanische Harakiri-Armee steht kurz vor der Vollendung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017